Hallo, ich bin Kim und arbeite an der Deutschen Botschaft in Bogotá, Kolumbien. Wir haben hier seit einem Monat strikte Ausgangssperre im ganzen Land. Man darf nur wirklich zu den ganz einfachen Sachen rausgehen, zum Supermarkt, zur Bank oder auch zum Arzt. Und in Bogotá in der Hauptstadt gibt es jetzt neuerdings noch eine Sonderregelung und da dürfen Frauen nur an geraden Tagen das Haus verlassen und Männer an geraden Tagen. Und im Supermarkt ist dabei aufgefallen, dass Männer im Schnitt 45 Minuten ihren Einkauf brauchen und Frauen nur 15 Minuten. Also werden wir noch ein bisschen Zeit um das zu üben und am Ende der Quarantänezeit sind die Männer dann vielleicht genauso schnell wie wir Frauen.